Montage leicht gemacht. Schnellmontage-Kit für Hebeschiebetüren. Alle Elemente werden bereits vom Fensterbauer vorgefertigt auf der Baustelle angeliefert. Der Aufbau beginnt mit der Montage des Rahmens. Hierfür wird das Seitenteil des Rahmens zur Bodenschwelle hin abgedichtet. Danach werden Rahmens und Schwelle seitlich verschraubt. Anschließend wird der Festflügel eingesetzt. Verschraubt wird seitlich in bereits vorgebohrte Löcher. Die Verschraubung erfolgt in Hülsenschrauben im Glasfalz. Somit ist eine nachträgliche Demontage im eingebauten Zustand möglich. Als nächstes wird das zweite Rahmenteil angebracht. Zuerst wird dieses abgedichtet. Dann wird der Rahmen verschraubt. Im Anschluss wird der obere Rahmen aufgesetzt und ebenfalls verschraubt. Mit den Haltewinkeln lässt sich der Festflügel oben am Rahmen einfach fixieren. Derselbe Vorgang wird auch unten durchgeführt. Nun wird ein Abdeckprofil am Festflügel befestigt. Jetzt ist der komplett montierte Rahmen fertig für den Einbau in die Wand. Danach hängt man den beweglichen Flügel ein. Ein weiteres Abdeckprofil wird auf den beweglichen Flügel gesetzt. Nach nur wenigen Minuten Montage ist jetzt die Hebeschiebetür einsatzbereit.